In diesen Archivkästen hat W.G. Sebald die Materialien für sein Prosa-Buch Austerlitz gesammelt und sortiert. Im unteren Kasten sieht man die erste Seite des Manuskripts. Daneben liegt die Biografie von Jacques Austerlitz, dem Protagonisten des gleichnamigen Werks. Seine Lebensgeschichte, die von der Erfahrung des Holocaust geprägt ist, wird in einer Mischung aus Fiktion, Dokumentation und Biografie erzählt. Dabei vermischt W.G. Sebald, der als Literaturwissenschaftler in England arbeitete, fließend Realität und Fiktion. Er bedient sich zahlreicher Fotografien und anderer Materialien, die in seinem Text abgebildet werden. Seinem Verlag gibt er genaue Anweisungen, wie die Bilder im Text erscheinen sollen. In Austerlitz kommen 88 Abbildungen vor. Viele davon sind Fundstücke, die er auf seinen vielen Reisen, Wanderungen und Recherchen gesammelt hat. Für diese Fotokollage hat Sebald beispielsweise ein Prospekt des Antwerpener Zoos benutzt. Einige Fotografien aus dem Prospekt tauchen als Ausschnitte in seinem Buch auf. Eine ähnliche Arbeitsweise findet sich in einer Briefsammlung Ludwig Wittgensteins, die Sebald besaß und benutzt hat. Bei dieser Technik der Fotokollage geht es dem Autor nicht darum, dass Text und Bild sich gegenseitig erläutern oder gar illustrieren, sondern in ein Gespräch treten und fließend in ein anderer übergehen, wie bei diesem sternartigen Festungsgrundriss, der das Wort sternartig trennt. Das Bild wird Teil des Satzes. An der Einbettung des Fotomaterials, das beim Lesen selbstverständlich mitgesehen wird, arbeitet Sebald Schritt für Schritt. Einzelne Arbeitsstufen aber werden erst im Archiv sichtbar. Im Manuskript markiert Sebald mögliche Stellen für sein Bildmaterial mit einem gezeichneten Quadrat. Im Typoskript, seinem nächsten Arbeitsschritt, sind die Bilder bereits als Fotokopie hinzugefügt und auch doppelseitige Abbildungen gekennzeichnet. Noch in Erstdruck korrigiert er die Darstellungsweise seiner Abbildungen. Auf diese einzigartige Weise erzählt Wege Sebald die Biografie seines Protagonisten, der seine eigene Lebensgeschichte erst nach und nach entdeckt. Die Biografie seines Protagonisten